Schlechte Ausrede. Mittellhandknochen gebrochen, schlechte Ausrede. Ja, oder? Okay, Zufall in 3, 2, 1... Marco Nies! Und, wohin geht Julia? Wohin geht Julia? Jawoll, richtiges Team. So, tschau, ihr Loser. Machen wir... Okay, das heißt, wir nehmen mal Cops, die wir sonst nie benutzen, würde ich behaupten. Okay. Benutze ich denn die? Den Reinforcer. Was macht eine Backup? Call Backup! Ruft alle seine Hilfspolizisten zu seinem aktuellen Standort Backup. Kann tote Polizisten melden, um einen anderen Ersatzpolizisten einzusch... Er hält HP und Munition zurück, wenn er sich in der Nähe seiner Backup-Cops befindet. Hier Riot Control nehme ich nie. Das, was Daniel immer nimmt. Ich nehme den auch hier. Bodyguard nehme ich. Den habe ich, äh... Null... Noch null Wins. So, Traffic Cop... Ach komm, ich habe... Ich weiß, ich nehme den... Jani Tor. Habe ich auch noch null Wins. Marco, der Hausmeister. Dann kann ich Türen locken. Oh ja, wenn du Leichen konfirmst. Ja. Das haben sie noch vergessen zu übersetzen. Echt? Ja, das ist noch englisch. Ja, das ist noch englisch. Da hieß ja eh die Hälfte noch englisch. Selbst beim Bodyguard. Hast du es ihr schon mal erklärt, oder waren das jetzt die... Äh, sie hat es schon mal gespielt. Sie hat es schon gespielt? Alter, top. Ja, deswegen machen wir die jetzt fertig. Besonders sie. Aber sie hat es noch nie gegen dich gespielt. Ey, die hat noch nie gegen dich gespielt. Bester Condor ever. Ja. Ja. Selber. Spiel. Ah. Die sind sich nicht einig. Haben ja mehr viel Zeit. Und Dyle hat sich noch nicht entschieden. Wo ist die Option? Sniper oder Sniper? Also... Oh, ob sie sich jetzt entschieden haben? Oder wir haben... Oder das waren... Da kommen so ganz viele Leute. Ich ignoriere sie natürlich. Hm. Was habe ich denn überhaupt? Ah, Bodyguard. Ich gebe irgendjemanden... Hast du geschossen die, ne? Nein, nein, nein. Ach so, tja. Oh, ich... Ist ja gar ne Tiger Casino. Ja. Ich gebe mal hier... Wahrscheinlich ist das ein Mitspieler. Oh, jemand hat schon die Gläser kaputt gemacht. Von den Diamanten unten. Ich mache mal willkürlich Leuten Westen an. Okay. Hier hat noch keiner. Oh, hier ist schon ne Leiche, Marco. Ach so, ja stimmt. Kann ich ja essen. Hab ich schon vergessen. Oh. Oben bei den Diamanten. Ja. Die sind alle offen. Also haben doch kein Agent. Ja, ich... So. Ich habe noch den letzten aufgemacht. Ach so, ich glaube ich hab dem ne Weste gegeben. Ne, der ist es doch nett. Ne, der ist es doch nett. Ich dachte, jemand ist im Karton. Oh, bum bum. Ich hab Boris gekillt. Der hat bum bum gefahren. Ja. Aber nett. Was? Aber selber nett? F-Lock. F-Lock. So, eine Tür gelockt. Hast du was Böses vor? Dafür gebe ich dir eine Weste. Ich glaube ich hab ne ganz gute Tür gelockt. Ich hab Laura gelockt. Hier liegt jetzt Kohle und ne Leiche. Äh. Oh ja, la. Stimmt unten. Äh. Äh. Ganz... Okay, ich geh runter. Hier liegt immer noch Kohle, falls du so ein halbes Auge drauf trinken könnt. Okay. Ich seh kein Feuer hier unten. Die Leute kommen nicht über meine Pfütze drüber. Geil. Ich seh kein Feuer unten. Aber... Warum hab ich denn einen Schaden bekommen? Weil du, wenn du in der Pfütze, da rutschst du auch gerne und knallst an die Watt. So. Oh fuck. Ich hab meine... Ich hab meine normale Waffe gegen den Raketenwerfer getauscht. Äh. 95 ist... Ist aber glaube ich zu heftig. Ja, eigentlich 85. Die haben irgendwas, wo sie 10 mehr machen müssen. Ach so. Und VIP wahrscheinlich, ja. Du hast einen. Ich hab einen. Ja, du bist Bodyguard. Ah, okay. Ah, und unten asozial. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ach shit. Gift, 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 gift. Uiuiuiui. Ich hab Feuer aber ausgekriegt. Okay. Ich geh mal zum Cop-Auto. Weil ich nur noch 24 Leben hab. So. Kann ich mein eigenes gelocktes öffnen. Mal gucken. Ja. Also hier haben sie halt alles Geld ausgeholt. Ich guck mal. Ich guck mal. Nicht abgegeben. Die haben halt jetzt schon kein extra Leben mehr, ne? Deswegen 85.000 ist glaube ich auch zu viel. Bleib bitte stehen. Alter. Hat gar nicht lang gedauert. Für Julia brauch ich drei Raketenwerfer. Schüsse. Oh. Oh. Ich hab ihr vielleicht auch ne Dingsgegie. Ja. Ha. Oh. Jetzt ist sie ganz tot. Okay. Scheiße. Hab ich jetzt wieder her. Sie hat's Geld halt nicht reingebracht. Ist natürlich schlecht. Hier liegt's jetzt. Eigentlich hat sie's gut gemacht, aber. Nicht sei gut genug. Oh. Hä. Warum liegt hier ne Leiche? Achso. Das ist wahrscheinlich. Die kann ich nicht essen. Warum liegt hier Stroh? Können wir jemanden killen, damit ich wieder essen kann? Haha. Ah. Die haben unser Dings vergiftet. Vielleicht ein Leben auch mehr geben. Und ich glaub so jetzt 55.000. Die kennen ja. Es gibt doch diesen einen Weg in den Tresor. Ja. Den kennt glaub ich nur René. Warst du die Tür? Ja. Tür war ich. Äh. Gibt's das hier? Genau. Da ist das. Hier oder was? Hm. Ich glaube da ja. Hier. Glaub ich. Haha. Mal testen. Ja. Oh jetzt haben sie 52.000. Okay. Äh. Dann kennen sie vielleicht doch den Weg. Tür warst du? Ja. Tür war ich. Dann kennen sie doch den Weg. Brennen? Dann war ich nicht. Problem ist halt. Ich hab jetzt halt echt ne scheiß was. Kannst du nicht irgendwie zum. Nee. Kann ich dich erwarten? Ich erschieß dich einfach. Nö. Kannst du nicht. Obwohl ich es eingestellt habe. Eben ging es noch. Ja. Geh mal in den Keller. Das Geld hier liegt auch noch. Ein paar Diamanten sind ausgeräumt. Ja. Hier liegt auch noch das Geld. Also ich weiß nicht ob das schon reich wird. Ich glaube hier ist Laura vor mir. Ja. Und das ist definitiv Laura. Also vier Diamanten haben sie ausgeräumt. Wo haben sie das Geld hingeschmissen? Da liegt es. Beim Baum. Da. Okay. Es brennt. Du Gas. Achtung. Hab ausgemacht. Wir haben das Gas nicht genutzt. Es brennt wieder. Ja das. Hab ich. Okay. Noch irgendwo. Ich hab eins gelöscht. Aber das andere. Oben. An den. Ah ja. Ich weiß nicht wo sie sind und was sie vor haben. Auf jeden Fall jetzt wird es eng. Hä? 72. So. Du bist da einer. Einer. Okay. Dann 75. Oh. Einer fährt Auto. Hier war es nicht. Ach ja. Hat mich gekillt das Auto. Hat mich gekillt das Auto. Ach ja. Über Stunden. Oh. Jetzt bin ich beim Cop-Auto. Haha. Ich hab jemanden Falschen abgeschossen. Hahaha. Aber ist egal. Oh. Oh. Schade. War gar nicht so schlecht. 1. 1.000 Dollar haben gefehlt. Ja und vor mir lag noch Geld auf dem Boden. Oh war gar nicht schlecht. Bist du der wo ich dir einen Raketenwerfer vorbeigeschossen hab? Ja genau der. War geil. Scheiße. Wo ich blut dann direkt verhaftet auch. Komm Julia rüber. So knapp. Team Räuber ja. Das war so unfair. Warum? Achso das ist der Kai. Ich bin so schnell gestorben. Böser Kai. Ich hab dich erwischt. Sorry. Ja. Ich hab auch gesagt wir gehen nur auf dich. Aber. Oh nein. Nein. Einfach bitten drin wieder. Mhm. So. Auf zu Sheriff. Sheriff. So. 100% Janitor gewinnst. Okay. Die will ich auch haben. Das will ich auch. Okay. Muss eigentlich diese Tür locken. ist besonders wenn sie so eine Haupttür ist wo sie oft reinkommen. Wahrscheinlich ganz geil. Du bist ganz geil. Je mehr Leute es sind umso besser wird es. Weil die killen mehr. Eilwerfersystem. Was ist das denn? Ich glaub damit kannst du Leute verbinden. Fesseln. Handschellen treffen. Zeichen. Geile Übersetzung. Handschellen treffen. Zeichen. Ich muss gar nicht dass das Spiel chinesisch ist. Damit laufe ich jetzt so mit der Wache. Aber nur wegen der Erklärung. Seilwerfersystem. Jetzt wissen die auch nicht ob ich der Pilot oder das Briten Pferd bin. Nur steht zwar auf dem Rücken aber. Was ist wenn ich das Pferd rufe und das rennt jemand um? Das weiß ich nicht. Schau ruf es mal. Da ist es. Geh direkt in den Keller. Ich hab den Raketenwerfer geflaufen. Einfach auf Ehrenbruder Basis. Wirst du erschossen? Wird dein Pferd erschossen? Das kann es wahrscheinlich sein. Das ist Daniel dann. Steht auch noch hier. Ich weiß nicht auf das die geballert haben. Ich wohne nicht. Oder mein Pferd ist sehr stabil. Stabil Junge. Warte ich geh mal weg. Ach sie haben mein Pferd kaputt gemacht. Also Julia ich hab dir die Chance gegeben. Einer bei den Diamanten steht da. Einer bei den Diamanten. Draußen. Rote Jacke. Ja. Gefesselt. Das Boris. Könnte wenn ich ja wenn ich den noch getroffen hab dann ja. Jo. Hast du. Oh warum liegt hier Geld? Ja. Scheiben hoch. Ich guck draußen. Welcher war's von denen? Der hier vielleicht. Ne ne. Hä? Wo hat's gegast? Unten im Keller gastes. 5000 haben sie. Ich geh mal. Geh mal runter. In die. In Subway. Ja da könnte auch im Schlupfloch was sein. Aua. Ich hab Schaden bekommen durch meine eigene Spitze ey. Ich bin auch so gegangen. Natürlich blöd. Für die. Hä? Das war ich. Ah der ist in dem. Safe hier. Ok. Hier unten sieht's aus ob alles gut ist. Keine ATMs gehackt. Ja. Hier ist auch alles entspannt. Außer dass hier Laura ruckelt. Oh hier draußen im Gift wahrscheinlich jemand. Oh hier ist einer. Ich hab ihn gefesselt. Erst gefesselt. Dann. Also Daniel hat das Geld hier vom Tresor. Ah ja ja. Die haben auch einmal Geld weggebracht und ein paar Juwelen genommen. Oh wir haben. Weil ich jemanden gekillt habe haben wir einen Helfer. Aber ich brauch doch gar keinen Helfer. Ich hab doch dich. Oh. So. Als hier jetzt niemand mehr ist. So jetzt liegen hier. Jetzt liegt hier ganz viel Geld. Wichtig. Das aus dem Tresor kommt. Aber jetzt wird's. In der U-Bahn dieser Eingang für den Tresor. Jetzt wissen wir das auch. Ja. Hehehe. Hehehehe. Ich hab die ganzen Mitarbeiter hier oben geblockt. Weil ich. Weil keiner oben war. und ich an der Treppe zwei Pfützen hingemacht habe. Jetzt geht da keiner hoch. Nee. Ich hab da geschossen. Oh. Bodkopf. Easy wurde verhaftet. Hehehehe. Er hat mir aber den hier verpetzt. ich weiß nicht wo es brennt bei dir unten ich gucke ja bei mir unten jetzt brennt schon wieder oder immer noch ja bei mir immer noch ich könnte richtig asozial sein weil hier liegt geld und hier liegt eine leiche vom mitarbeiter und so ansonsten geht da kein mitarbeiter hin das heißt wenn da ein mitarbeiter wieso sind die auf einmal dadurch die pfütze verschwindet nach der zeit so nix ja tür warst du das hier bei mir unten ist jemand dass das so viel ist schon mal sicher ok warum waren sie in der runde viel besser weil daniel den tresor ausgeräumt hatte ja scheiße wir wollten auch ein leben hier ist einer weiß zwar nicht wer von den zwei das ist ja buch ist nur noch jetzt bei mir unten du kannst von mir aus runter kommen ach so ja stimmt es brennt ja bei dir also ich weiß aber ich weiß ach jetzt weiß ich auch wer ist doch ich weiß doch nicht wie sah er aus ja anzug also zahlen nice try ryski 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 ryski